Ein schleimtastisches Hallo liebe Freunde. Im heutigen Video wird es echt creepy muss ich sagen. Minecraft hat nämlich vor drei Tagen ein richtig spannendes Video gedroppt und zwar The Secrets of How We Are Making The Warden. Und da gibt es nicht nur extrem spannende und auch lustige Dinge zu sehen, sondern auch super gruseliges Zeug. Denn ihr werdet staunen, wenn ihr die ein oder anderen Prototypen des Wardens oder vom Skulk zu sehen bekommt. Die haben es nämlich wirklich in sich. Ergänzend zu dem, was wir da in dem Video zu sehen bekommen, gibt es aber auch nochmal extra Clips und auch Bilder vom Warden Developer King B-Docs von Twitter halt. Also noch mehr extra Infos. Falls ihr das Video schon gesehen haben solltet von Minecraft, lohnt es sich trotzdem dran zu bleiben. Denn hier gibt es noch mehr Bilder und noch mehr Infos. Und ich glaube, ich lehne mich wirklich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass der jetzige Warden vom Aussehen her im Vergleich zu den Prototypen sogar gar nicht mal so gruselig wirkt. Wir schauen uns auch sofort alles an. Gerne vorher den Kanal abonnieren, um keine weiteren Minecraft News zu verpassen. Und das Video positiv bewerten, wenn es euch denn gefallen sollte. Besten Dank, Freunde. Noch eine ganz kurze Entschuldigung. Ich war so ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Deswegen kam jetzt die letzten Tage kein Video. Aber neue Woche, neuer GGDE. Ich bin wieder back. Deswegen noch eine kleine Story an der Stelle. Wirklich interessant wird es in dem neuen YouTube-Video von Minecraft erst nach ungefähr zwei Minuten. Da sieht man nämlich die Entwicklung zunächst einmal des Skulks. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, wie sich diese Konzept-Arts, also ich bin sowieso ein großer Fan von solchen Konzept-Arts, also wie sie sich so entwickeln, bis sie dann letztendlich zu der finalen Version des Skulks sozusagen kommen. Also wie wir ihn heute kennen. Auch die Skulk-Version, die an Trypophobie, ich hoffe, ich spreche da richtig aus, angelehnt ist. Also die Angst von Menschen, die durch das Betrachten von Mustern mit Bläschen oder Löchern entstehen, hatte ich bisher ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich kann es aber irgendwie nachvollziehen, dass man da vielleicht ein bisschen getriggert wird. Aber ich bin auch im Endeffekt wieder froh darüber, auch wenn ich diese Angst nicht verspüre, dass sie diese Version nicht mit ins Spiel genommen haben. Allein schon natürlich aus Respekt vor den Leuten, die davor Angst haben. Die können dann theoretisch nicht ins Deep Dark gehen. Wegen dieser Skulk-Version. Also sehen wir da schon mal vor an der Stelle, auch wenn es wirklich sehr creepy aussieht. Und allgemein sieht man hier ganz, ganz viele verschiedene Versionen des Skulks nochmal, wie er sich entwickelt hat. Aber da sehen wir auch nochmal gleich In-Game-Screenshots von Twitter, vom lieben King B-Dogs auf jeden Fall. Aber noch interessanter muss ich sagen, dagegen fand ich die Entwicklung des Wardens. Der sah nämlich vorher noch verrückter und gruseliger aus, als er jetzt aussieht oder aussehen wird, er gesagt. In diesem Fall hier heißt er sogar nicht Warden, sondern Stalker. Und erinnert er von seinem schmalen und auch hohen Körperbau eher so an einem Enderman, würde ich jetzt mal sagen. Und zu diesem sogenannten Stalker teilte uns King B-Dogs einiges via Twitter mit. Einige Ideen, die wir für frühe Iterationen des Wardens hatten. Stalker sollten einen leuchtenden Gegenstand in der Mitte ihrer Brust tragen oder haben, den sie zufällig oder auch zufällig im Biom finden würden, der auf Totems schwebt. Die Idee war, dass der Stalker vollkommen still stehen würde, um diese leuchtenden Gegenstände zu fälschen, in Anführungsstrichen. Dazu ergänzte er dann noch, diese Totems würden leuchtende Beute enthalten und auf diese Weise würden Stalker ihre Beute, also die Spieler, dazu verleiten, darauf zuzugehen. Der Stalker wäre auch in der Lage, seinen Körper in eine vierbeinige Kreatur zu verwandeln, die in der Lage wäre, durch einmal ein große Blocklöcher zu rennen. So rum. Selbst wenn du versuchen würdest, dich wegzugraben. Es war der größte Mob, den wir je hatten, der gelaufen ist, größer als ein Enderman. Es hatte eine viel gruselige Atmosphäre, da sein Fokus visuell asymmetrisch sein sollte. Es stolperte wirklich und verwandelte sich in seltsame Formen, um sich seine Umgebung anzupassen. Das ist so creepy, Freunde. Aber er schreibt noch weiter. Wir haben uns nicht für diese Version entschieden, weil Asymmetrie in Minecraft wirklich gut aussehen musste und sie oft fehl am Platz und nicht so aussah, wie wir es beabsichtigt hatten. Auch die transformierenden Ideen erwiesen sich in der Praxis als zu klobig. Es funktionierte, aber fühlte sich doof an, nicht beängstigend. Die einzige Idee, die mir immer noch wirklich gefällt, ist, leuchtende Gegenstände vorzutäuschen, die sie im gesamten Biom finden würden. Das hat es am Ende nicht geschafft, weil beim Design des Wardens bereits viel los ist und es sich besser anfühlte, sich tiefer auf den Aspekt mangelnde Visionen zu konzentrieren. Boah, krass. Mega spannende Sache. Also, das wäre ja mal so ein richtiges Horrorgame gewesen mit so einem Vieh, dass ich einfach mal auch noch wandeln kann. Das heißt, wenn du dich dann wegbaust in irgendeiner Form, kommt das Vieh einfach hinterher. Das muss man sich einfach mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, dass das wirklich Teil eines Vanilla-Features in Minecraft wäre. Das ist schon heftig. Und ich kann es dann auch im Endeffekt wieder natürlich nachvollziehen, dass dieser sogenannte Stalker nicht eingeführt wurde, wenn es dann wirklich zu klobig aussieht. Man sieht es ja auch im Gameplay hier im Hintergrund, dass es wirklich so ein bisschen weird und klobig und nicht so Vanilla-mäßig aussieht. Ich muss aber ganz klar sagen, also das mit diesen Items vortäuschen, das fände ich schon heftig. Also, da unten im Deep Dark gibt es dann irgend so ein leuchtendes Item, hat er ja gesagt, dass es da so oder so gibt, diesen Loot. Und irgendein Item von diesen ganzen Items ist sozusagen Fake und dann dieser Stalker, der den Spieler dann packen und angreifen würde, weil er ja sozusagen das Item vortäuscht. Also, die Idee finde ich mega, wirklich mega, mega krass. Er teilte aber ebenfalls noch exklusive Screenshots einiger Skulk-Prototypen, wo ich dann auch im Endeffekt froh bin, dass er dann so geworden ist, wie er jetzt nun aussieht. Auch wenn man sich hier nochmal diesen Fanart hier eines ursprünglichen Warden-Prototyps einfach mal anschaut, ist man irgendwie auch froh, dass er dann doch nicht so aussieht wie hier. Also, hier sieht er auch wieder extrem krass aus. Und da sieht er mir auch wieder, wie eben auch mit dem Stalker persönlich, zu gruselig vielleicht aus und auch wie so eine Mod irgendwie oder SCP-Mod, muss ich sagen. Und kein Vanilla-Feeling hat man bei diesen Prototyps, würde ich jetzt mal sagen. Also, wie beim jetzigen Warden. Der ist natürlich auch schon sehr besonders, muss man sich auch erstmal daran gewöhnen. Aber ich glaube, an den jetzigen Warden habe ich mich schneller gewöhnt, als ich mich an solch einen Warden gewöhnen würde. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ihr könnt ja eure mal gerne zum Skype und zum Warden unten in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Fandet ihr irgendeinen bestimmten Prototypen besser als den jetzigen Warden und warum? Und was findet ihr allgemein so oder was haltet ihr allgemein von diesen Prototypen? Waren die interessant oder uninteressant? Das würde mich mal heute sehr interessieren. Ansonsten, fantastisches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.